Neue Strategien sind nun nötig. Finde den Weg zurück zur Liebe und zum Glück. Du hast diese Botschaft nun erhalten, weil es etwas in deinem Leben gibt, was nicht vorangeht. Etwas, was ins Stocken geraten ist oder etwas, was dich unglücklich und unfrei macht. Du drehst dich im Kreis und hast den Weg zur Glückseligkeit aus den Augen verloren. Das ist ein großer Verlust. Diese Botschaft möchte dir sagen, dass du dich innerlich sortieren und alles um dich herum mit wachem Auge betrachten sollst, um dann auch das Außen neu zu sortieren. Es geht also um Neuausrichtung. Lasse los, was dich innerlich einsam und schwer macht, auch wenn es im Innen für dich schwer ist und im Außen eine prächtige Erscheinung hat und bunte Ferien.